Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Abend, Ihnen zu Hause vor dem Glotzophon und natürlich all unseren Zuschauern hier in Melodienbrunn. Servus zur Heimatmelodie, guten Abend. Grüß euch. Liebe Freude, was kann man sagen, wir haben schon Endspurt, so kurz vor Weihnachten. Weihnachten steht vor der Tür, jeder ist so ein Glanzbesser im Stress. Weihnachten steht vor der Tür, darum gehe ich immer durch den Hintereingang rein. Das Problem ist, man sagt ewig Zeit, ewig Zeit und plötzlich sagt man, es gibt nur noch sechs Tage und was fehlt mir? Also mir nicht, ich habe alles besorgt, ich habe alle meine Geschenke beisammen. Oh nein, ein ganz was Neues. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr kurz vor zwölf am Heiligen Abend bist du schnell in eine Parfümerie gerast. Ja, natürlich. Aber du hast alle Geschenke schon beieinander? Ich habe alles beisammen und wenn du mir verrätst, was ich kriege, dann verrate ich dir, was du kriegst. Meine Güte, jetzt weiß ich, woher der Wind weht, aber ich bin nicht so neugierig wie du. Ich bin doch nicht neugierig. Nein, ich möchte mich überraschen lassen. Ehrlich? Ja. Du willst dich überraschen lassen? Ich weiß ja, dass du schon heimlich im Kleiderschrank gewühlt hast. Jetzt hörst du aber auch, was du dich in deinem Kleiderschrank hast. Doch, 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 Backerl hast du gesagt. Ich? Bei dir? Ja, freilich. Ich habe doch die Fingerabdrücke gefunden. Das kann schon zweimal nicht sein, weil ich habe Handschuhe angehabt. Da warst du an der falschen Stelle gesucht. Ach nee, wo hätte ich den suchen sollen? Unter den Betten. Unter den Betten. Und da sind die Geschenke? Nein, der hätte endlich Staub gewischt werden sollen. Aha. Und das soll ich machen? Wäre doch nicht schlecht. So als Weihnachtsgeschenk, so als Hausmann. Ich meine, so ein Weihnachtsfest. Der dressierte Mann. Ein Weihnachtsfest ist doch schließlich ein Fest für die ganze Familie. Ja, da hast du recht. Und so eine Familie ist ja wie ein kleiner Staat, nicht? Ja. Ja, meine Frau ist nämlich der Finanzminister. Richtig. Mein Größerer ist der Außenminister. Aha. Der treibt sich immer irgendwo in der Weltgeschichte rum. Meine Schwiegermutter ist der Kriegsminister. Der Kriegsminister. Jawohl. Da hat mein Nachbar zu mir gesagt, ja Michael, dann bist ja du der Ministerpräsident. Habe ich gesagt, nein, ich bin das Volk und muss vor allem aufkommen. Ja, so weit sind wir, gell? Logisch. So ist es. Ja. Wer soll das bezahlen? Manches Mal zu Weihnachten wird wahnsinnig viel geschenkt. Eigentlich ist das gar nicht nötig. Nötig. Hauptsache ist, man trifft sich im Familienkreise. Man schließt Frieden innerhalb der Familie. Manches Mal hängt der Segen ein ganz bisschen schiff. Und das ist doch wieder mal so eine Gelegenheit, wieder zusammenzufinden. Meine Damen und Herren, in sechs Tagen ist es soweit. Und wir haben wieder ganz tolle Gäste eingeladen. Musikalische Gäste. Viele Musikanten, die auch auf ihrer möglicherweise musikalischen Wunschliste stehen. So zum Beispiel das Heimat-Duo Judith und Mel. Ja, und die Stefanie Hertl ist auch mit dabei. Ja, aber nicht nur alleine, sondern die Stefanie wird mit dir gemeinsam ein Lied singen. Dann freuen wir uns ganz besonders über einen ganz tollen Gast. Raten Sie mal, Ernst Mosch und seine Original-Egerländer-Musikanten sind dabei. Die Frickthaler-Musikanten aus der Schweiz, aus Aargau. Genau, und dann aus Österreich das Original-Alpenland-Quintett. Ja, und den Anfang machen jetzt ganz, ganz liebe Freunde aus meiner Heimat, aus der schönen grünen Weststeiermark, aus Maria Lankowicz. Dahin gehen jetzt ganz besondere Grüße mit dem nächsten Ensemble, das wir ansagen dürfen. Und der Herr an der Gitarre, der Toni, der hat heute noch dazu Geburtstag. Also herzlichen Glückwunsch, muss man sagen. Der Almrausch-Express. Und der Titel, jetzt packen wir's an. Auf geht's. Und der Titel, jetzt packen wir's an. Auf geht's. Und der Titel, jetzt packen wir's an. Auf geht's. Und der Titel, jetzt packen wir's an. Auf geht's. Und der Titel, jetzt packen wir's an. Auf geht's. Und der Titel, jetzt packen wir's an. Auf geht's. 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 Man muss das genießen, aber ich glaube, das ist überall. In Anbetracht der Päckchen, die Sie vielleicht dann doch nicht bekommen könnten. Das kann ich mir vorstellen. Ihr habt ja die ältesten Ableger von euch dabei, ebenso den Christian und die Annemarie. Ganz lieb, die beiden. Sag einmal, sechs Geschwister und ihr seid die ältesten. Das ist manchmal nicht einfach. Das muss man oft nachgeben und zurückstehen, aber ich glaube, das nutzt einfach nichts. Dafür haben wir aber so eine schöne große Familie. Was wünscht ihr euch denn vom Christkindl? Ja. Christian. Ich habe ein Buch über Dinosaurier. Ein Buch über Dinosaurier. Hast du noch keines? Also ein bisschen, also eine Seite von einem Buch. Eine Seite noch, jetzt wünscht ihr ein ganzes Buch. Das ist ein ganz großer Trend mit den Dinosaurierbüchern. Also wir haben auch schon einige daheim und das kann gar nicht genug sein. Annemarie, was wünscht ihr euch von Christkindl? Ein Zeichnungszeug, also Blöcken und Farbstifte. Und Farbstifte, du bist ja ganz bescheiden. Möchtest du mal eine Malerin werden? Ja, weiß noch nicht. Weißt noch nicht. Was malst du denn am allerliebsten? Gesichter. Gesichter. Ja. Malst du mich dann auch mal? Ja. Ja. Gut, alles klar nach der Sendung, ja? Ja. Gut, mein Spatz. Ja, ich habe gehört, ihr habt einen Talisman bekommen und zwar von der Zeitschrift Glückspost, die euch ja auch eingeladen hat. Und ich meine, das muss ja Glück bringen für eure Spiele. Es gibt eine ganz, ganz tolle Reise zu gewinnen. Also wirklich, das wird eine ganz tolle Überraschung für euch. Das Herz, liebe Freunde, soll euch ganz, ganz viel Glück bringen. Ihr Lieben, alles klar? Das wünsche ich natürlich auch, dass euch das Herz Glück bringt. Und ich begrüße ganz herzlich unter Ihrem Applaus meine Familie, meine Kleeblatt-Familie, die Familie Erla aus Melchiorhausen. Guten Abend, grüße euch. Also ich muss gleich mal zu den Eltern rüber und fragen, wo liegt denn Melchiorhausen? Also Melchiorhausen, für die, die das noch nicht kennen, liegt hoch oben im Norden. Wir haben es also nicht weit bis zur Küste und wir haben eigentlich auch einen ganz bekannten Vorort. Das ist also Bremen. Alles klar, da werden sich die Bremer freuen drüber. Die Bremer werden sich sicherlich freuen. Nachdem Sie jetzt gegen Frankfurt so gut gewonnen haben mit 1 zu 0 und mit viel Glück, sind Sie ganz nah dran, also auch Konkurrent für den Herbstmeister im Fußball. Also wie auch immer jetzt trotzdem meine Frage an euch beide, Christopher und Dominik, was wünscht ihr euch denn zu Weihnachten? Weihnachten ist ja das Thema, das wir jetzt haben. Ein Mountainbike. Ein Mountainbike wünschst du dir. Und du dir? Auch. Und was kriegt der Papi dann? Hat der schon eins? Hat der Papi schon ein Mann? Der Papi möchte ja am liebsten einen neuen Tennisschläger und dann möglichst gleich mit eingebauten Assen. Oh ja. Das wäre also nochmal das. Das wäre gut, so wie der Stern mit eingebauter Vorfahrt oder so. Ja, so in etwa. So ungefähr. Sie sind beim Tennisverein, habe ich mitbekommen. Und wir drei Männer sind beim TSV Blau-Weiß-Melch-Ausen. Ja, dann grüßen wir doch gleich einmal den ganzen Verein. Herzliche Grüße an den TSV Blau-Weiß-Melch-Ausen. Die freuen sich auch, unsere Freunde da drüben. Wunderbar. Und? Ja, gerne, 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 gerne. Schön. Ich sage aber, wenn sich die Kinder am Mountainbike wünschen, und ihr habt ja zwei davon am Mountainbike, das kostet doch ein bisschen was. Da braucht man schon einen Tischlein, eben, Tischlein deck dich, Esel streck dich oder einen kleinen Geldscheißer, wie man in Bayern sagt. Was ist denn für euch das Wichtigste zu Weihnachten? Also bei uns, persönlich bei den Eltern stehen nicht die Geschenke im Vordergrund, sondern das Familienleben. Wir feiern den Heiligen Abend mit vier Generationen, die Kinder, wir Eltern. Mit vier Generationen? Ja, Großeltern und die Urgroßmutter mit 92 Jahren ist auch immer dabei. Und auch gesund, munter, rüstig. So einigermaßen. Die grüßen wir auch. Die grüßen wir alle, ja. Ganz klar. Hast auch. Und du hebst nicht deine Hand, deine Oma zu grüßen. Das war das ja nicht. Okay. Geldschättes G-Blatt. Möge euch für ein viel, viel Glück bringen. Jetzt schicken wir euch beide gleich einmal weg zum ersten Spiel. Ich darf euch gleich zum ersten Spiel entführen. Kommt sie gleich mit. Das Christkindl von Melodienbrunn war ja auch sehr, sehr brav. Es hat nämlich schon viele Geschenke für euch versteckt. Und es ist unsere erste Spielaufgabe, möglichst viele Geschenke in der Kulisse beim Publikum zu finden, zu suchen, in den Korb zu stecken oder an den Tisch, an euren Tisch zu bringen. Wobei ihr ganz genau unterscheiden müsst, für euch nur die Kleeblätter und für euch nur die Herzgeschenke. Also es sind an den Geschenken so Herzaufhänger oder rote Bänder. Für euch sind Kleeblattaufhänger oder grüne Bänder. Wenn du rotes siehst, lass das gleich stehen. Nur die eurigen Packerl einpacken oder an den Tisch bringen. Und dann zähl mal. Wer die meisten Geschenke gefunden hat, hat in dem Spiel gewonnen. Alles klar. Ihr wisst Bescheid. Saust's gleich los. Ihr habt nämlich viel Zeit. Saust's gleich los. Ihr habt ganz viel Zeit. Eine Melodie hören wir jetzt und wir haben ein ganz zauberhaftes Ehepaar aus dem Norden eingeladen, aus Oldenburg. In diesem Jahr haben Sie sich in vielen Hitparaden, in vielen Volksmusikwettbewerben sehr gut platzieren können mit ihren Liedern aus dem Norden ihrer Heimat. Und Sie haben ein neues Lied mitgebracht. Adieu, mein Kapitän. Das Heimatduo Judith und Mel. Adieu, adieu, mein Kapitän. Adieu, adieu, mein Dinn. Wann werden wir uns wiedersehen? Du weißt, ich bliebe gern. Das Meer ist groß, das Meer ist weit, unendlich, wie mir scheint. Doch größer noch ist unser Glück, drum wird jetzt nicht geweint. Auf einem Seemannswald traf ich diesen Kapitän. Ich sagte dir, wie wär's mit uns? Wär das nicht wunderschön? Dann haben wir getanzt, geschärft, geschärft und aufgelacht. Dann haben wir die ganze Nacht erst einmal verschütt gemacht. Adieu, 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 mein Kapitän. Adieu, 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 mein Dinn. Wann werden wir uns wiedersehen? Du weißt, du weißt, ich bliebe gern. Das Meer ist groß, das Meer ist weit, unendlich, wie mir scheint. Doch größer noch ist unser Glück, drum wird jetzt nicht geweint. Er fragte am alten Kai, mein Dinn, bist du auch treu? Sie sagte, ich bin treu wie Gold und Gold hat sie wie Heu. Dein Herz aus Gold, mein Schatz, das halte ich ganz fest. Und übers Jahr komm ich zurück, dann baue ich dir ein Nest. Das Meer ist groß, das Meer ist weit, unendlich, wie mir scheint. Doch größer noch ist unser Glück, drum wird jetzt nicht geweint. Doch größer noch ist unser Glück, drum wird jetzt nicht geweint. Ja, danke schön, Anne-Marie, Christian, du müsstest fast Rosenräseli heißen, so eine liebe Maus bist du. Also ich habe ganz viele Geschenke gefunden, die zählen mir jetzt gleich, aber wisst ihr was? Die dürft ihr alle mit nach Hause nehmen, aber aufteilen, gell, unter die Geschwister, gell? Alles klar, freust dich? Das Christkindl kommt doch in diesem Jahr. Danke, ja, gerne. Jetzt zähl mir mal, wie viel wir haben. Fangen wir doch da mal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achzehn, neunzehn. Stimmt das? Jetzt noch mal nach, ich gehe mal rüber zu der Kleeblatt-Familie. Ich habe da so viel gefunden, das schaut ja wahnsinnig aus, schaut ja fast nach mir aus. Fangen wir hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neunzehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achzehn. Kann das stimmen? Habt ihr das vorher schon Zeit? Ja. Achtzehn Stück? Ja. Und ihr habt neunzehn gehabt? Eins ist es nicht mehr behalten. Ihr habt es neunzehn gehabt? Ich habe neunzehn. Neunzehn, neunzehn. Hattest du es nur mit Zeit? Ja. Und ihr habt es achtzehn. Ich dürfte es auch behalten. Super. Aber in diesem Spiel, meine Damen und Herren, haben eindeutig jetzt um einen Punkt gewonnen unsere Herzfamilie aus der Schweiz. Drei Punkte für unsere Herzfamilie Bösch und zwei Punkte vorlose ich mal für unsere Kleeblatt-Familie Erla. Alles noch im Rennen. Alles klar. Na, wie heißt es so schön? Noch ist Polen nicht verloren. Drei zu zwei Punkte haben wir. Das ist doch gar nichts. Das kann man aufholen. Überhaupt kein Problem. Aber die haben es gesehen, wie die gesaust sind zwischen die Gänge und haben ihre Backerl gesucht. Also was Kinder für eine Kraft haben, wenn sie was geschenkt kriegen. Unglaublich. Das ist fast so wie ein Österreicher, wenn er was umsonst zum Trinken kriegt. Ich rede von mir im Übrigen. Darf ich sagen. Nein. Eine Premiere habe ich jetzt anzukündigen und darüber freue ich mich ganz besonders. Die Siegerin der Superhitparade der Volksmusik singt nicht ihren Siegertitel, sondern einen neuen. Den singt sie nicht alleine. Nein. Den singt sie zusammen mit der Marianne. Zum allerersten Mal, also quasi Premiere bei uns in der Heimatmelodie. Und Sie stellen sich die Frage, was macht der Elefant in unserem Gartenhaus? Na, die Frage stelle ich mich natürlich aus. Auch wie es ausgeht, das erfahren wir jetzt gleich in dem nun folgenden Lied. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Marianne und Stefanie Hertel. Kann eine Maus auch singen, was träumt ein Schmetterling? Was du mir fragst, ich stehe dem g'scheitsten Buch nicht drin. Ich dachte, du weißt alles. Nein, alles weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass heut Sonnwald untergeht. Vielleicht gibt mir ein Traum eine Antwort auf die Frau. Und morgen früh kann ich dir alles sagen. Was macht der Elefant in unserem Gartenhaus? Der streckt halt vorn sein Rüsselraus. Wir werden ihn verzaubern in eine kleine Maus. Sonst kriegen wir ihn nie wieder raus. Sonst geht's, der nimmer raus. Vielleicht ist er vom Zirkus und will kein Star mehr sein. Und wenn's so wird, sagt, fällt dir nicht was anderes ein. Und wenn er dann zurück will, was macht er dann als Maus? Dann setzt man ihm halt ein Zylinder auf. So einfach kann es gehen, diese ganze Frogerei. Und wir zwei haben einen Riesenspaß dabei. Und was macht der Elefant in unserem Gartenhaus? Der streckt halt vorn sein Rüsselraus. Wir werden ihn verzaubern in eine kleine Maus. Sonst kriegen wir ihn nie wieder raus. Und was macht der Elefant in unserem Gartenhaus? Der streckt halt vorn sein Rüsselraus. Wir werden ihn verzaubern in eine kleine Maus. Sonst kriegen wir ihn nie wieder raus. Sonst geht der nimmer raus. Es gibt auf dieser Welt noch so viel zum Frann. Auch wenn wir manchmal nicht gleich die Antwort haben. Was macht der Elefant in unserem Gartenhaus? Er streckt halt vorn sein Rüsselraus. Wir werden ihn verzaubern in eine kleine Maus. Sonst kriegen wir ihn nie wieder raus. Was macht der Elefant in unserem Gartenhaus? Er streckt halt vorn sein Rüsselraus. Wir werden ihn verzaubern in eine kleine Maus. Sonst kriegen wir ihn nie wieder raus. Sonst geht der nimmer raus. Sonst kriegen wir ihn wieder raus. Herzlichen Dank, Stefanie. Dankeschön. Habt ihr beide ganz, ganz fantastisch gemacht. Ja, schönes Gefühl. Unglaublich. Ein neues Duo. Stell dir vor, jetzt bin ich arbeitslos. Ein Mädchen zu haben, dann müssen wir uns anstrengen. Alles klar. Meine Damen und Herren, die Stefanie ... Das heißt, Kinder machen Freude, nicht? Schon vorher. Ja, schon vorher. Stefanie, worüber wir uns beide besonders freuen, ist ... Oh, schau einmal. Grüß dich. Das Kleine mit. Für die Stefanie. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Danke dir. Toll. Prima. Genau. Worüber wir uns besonders freuen, Stefanie, du bist bereits in einer Woche zu unserem ganz großen Jahresfest, wo wir alle Familien eingeladen haben. Also am ersten Advents. Am ersten Weihnachtsfeiertag. Und alle Familien. Und alle Familien haben zugesagt. Genau. Ich freue mich schon darauf. Ja, genau. Da bist du mit dabei, mein Schatzl. Und was singst du uns da? Da singe ich ein Weihnachtslied. Und zwar heißt das, jeder Tannenbaum möchte ein Christbaum sein. Das ist ein schönes Lied. Da freue ich mich schon da. Das möchte ich ja manchmal sein. Ja. Und dann sehe ich, verlaut der Baum den Wald nicht mehr. Stefanie, dieses Jahr für dich, 1991, war ein ganz großes Jahr. Ein Riesenerfolg. Vor kurzem erst gewonnen in der Superhitparade der Volksmusik. Ja. Ein Stück heile Welt. Und so soll es weitergehen. Das wünschen wir dir. Was wünschst du dir zum Weihnachten, zum Christkindl? Ich wünsche mir Bücher. Bücher? Weil ich sehr gerne Bücher lese. Bist du ein richtiger Bücherwurm? Ja. Eine Leseratte. Schön. Das findet man ja selten, oder? Ich wünsche auch, dass du möglichst viele Bücher kriegst. Was interessiert dich denn besonders? Pferdebücher oder ... Pferdebücher. Aha. Oder da würde mir gleich ein Pferd wünschen. Oder Comics. Oder Comics. Das kann man vorstellen. Da muss man schauen. Also irgendwas wird es sicherlich geben. Weiterhin viel Erfolg, liebe Stefanie. Vielen Dank. Wir haben jetzt dann nach der Pause einen Gast zu begrüßen mit seinem Orchester. Über den wir uns ganz besonders freuen. Er ist eines der erfolgreichsten Blasorchester der Welt. Ja, und das ist Ernst Mosch und seine original Egerländer Musikanten. Und auf den freuen wir uns jetzt schon. Also bleiben Sie dran bis nach der Pause. Servus. Servus. Danke. 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 Der Duft Kaliforniens für die junge Frau. Von Aramis. Mit Douglas macht Schenken mehr Spaß. Muss man trinken. Star ist leicht. Schlank weg genießen. Weihnachten in den Bergen. Weihnachten in den Bergen. Die Stars der Volksmusik singen ihre schönsten Weihnachtslieder. Das Original-Nabteil-Duo, Uniki, die Winde-Kerz-Buben, die Kassel-Runter-Spatzen und viele mehr. Weihnachten in den Bergen. Das neue einzigartige Doppelalbum von Ariola. Sie haben geduldig auf Ihre Zeit gewartet. Sie wussten, dass Sie für etwas ganz Besonderes versteckt gehalten wurden. Dann eines Tages. Maika, die Zeit ist reif. Es gibt was Neues, was Männer noch anziehender macht. Playboy-Socken mit dem Bunny. Eine aufregende Kollektion. Männer, holt euch die Socken mit dem Bunny. In guten Kaufhäusern und Fachgeschäften. Übrigens gibt's auch für Frauen. Hey, ich hab was ganz Neues für dich. Eine Maus. Eine Super-Maus. Oh, das könnte ich stundenlang spielen. Mach doch. Aber ich hab ne bessere Idee. Wahlzeit. Aktive Katzen lieben die gesunde Ernährungsbalance aus Protein, Mineralien und Vitaminen. Okay, okay. Hör damit. Ist die Katze gesund? Freut sich der Mensch. Kitty-Kat. Überraschen Sie ihn zum Fest mit einem Geschenk, das seine Nähe noch sanfter macht. Gillette-Sensor. Milita weiß, wie Kaffee sein volles Aroma entfaltet. Durch das Filtern von Hand. Aus dieser Grundidee wurde das neue Milita Intervall Brühsystem entwickelt. Kraftvoll durchflutet heißes Wasser schwall für schwall das Kaffeemehl. Durch diesen Wirbel entsteht ein Aroma, das Sie bisher nur von handgefiltertem Kaffee kannten. Voller Kaffee-Geschmack, wie handgefiltert. Schwall brühen mit den neuen Milita IBS Kaffeeautomaten. Hallo! Hier, das neue Vanell, jetzt mit exotischer Frische. Das duftet ja wie Urlaub in der Süd sehen. Oh ja. Ich reise immer alleine. So, das neue Vanell, jetzt auch mit exotischer Frische. Das ist Max, wenn er sich langweilt. Das ist Max, wenn er sich seine neue Hörspielkassette anhört. Die neueste von Baba, dem kleinen Elefanten. Und das ist Max, wenn er und seine Eltern im Europa Kinderlotto gewinnen. Eine Reise ins Legoland oder zu einem Freizeitpark in den USA oder Frankreich. Macht alle mit! Die Stunde der Teekanne. Die Stunde der Teekanne. Bester Tee. Geschmack, den du genießt. Teekanne für Teekenner. Die Mini-Playback-Show Donnerstags, 20.15 Uhr bei RTL Plus. Bester Tee. Bester Tee. Köder Tee. Musik 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 Das war der Astronautenmarsch, gespielt vom erfolgreichsten Blasorchester der Welt. Selbst in New York, in der legendären Carnegie Hall, wurden Sie begeistert gefeiert. Heute bei uns in der Heimatmelodie. Dankeschön für diesen wunderschönen Marsch. Ernst Mosch und seine original Egerländer Musikanten. Dankeschön. Applaus Ja, meine Damen und Herren, und hier ist er, der Witz der Woche. Ja, ein Bayer steht in einem fürnehmen Hotel und bewundert diese Lichter, das Gold, den Glanz, aus dem Pump, steht vor dem Lift, alles in Marmor und schaut sich das ganz begeistert an. Plötzlich kommt eine ältere Dame, drückt auf den Knopf am Lift, der Lift kommt, die Türe geht auf, die Dame geht hinein, die Türe schließt sich, der Lift fährt nach oben. Eine Minute später kommt der Lift wieder runter, die Türe geht auf, ein junges Mädchen steigt aus, zwinkert ihm lächelnd zu und geht von dannen. Er schaut dem Mädchen nach und sagt, Sagra, ja Sagra, da muss ich mein Ode auch mal hineinschicken. Applaus Habt ihr schon gemerkt, dass du wieder auf die Bayernlust daran bist? Genau. Aber dieser Witzvorschlag kam von einer Heike, von einer Dame und damit gibt es natürlich... Das ist nicht einmal noch eine Dame, das ist ein junges Mädchen, wie ich das gesehen habe, an der Schrift und an dem Brief. Also dieses Tuch hat sie gewonnen mit dem wunderschönen Symbol des Heimatbaumes, die Heike Epping, Schneewindstraße 26 in 44 38 Heg. Das bedeutet, sie kommt aus Nordrhein-Westfalen. Also herzlichen Glückwunsch auch von mir. Mit Musik geht's weiter. Wir haben ganz liebe Gäste aus der Schweiz zu begrüßen, aus dem Kanton Aargau. Die Frickthaler Musikanten, Hitparadenstürmer in ihrer Heimat, zum ersten Mal bei uns in der Heimatmelodie Insel überm Nebelmeer. Ja, was will man mehr? Die Frickthaler Musikanten. Aus den Tänern in die Höhe, aus dem Dunkeln in den Sonnenschein, jeder Schritt, den ich hier gehe, ist ein Schritt ins große Glück hinein. Blau im Nebel bleiben unten und auf Weiber ist der Blick so weit. Dann hab ich den Ort gefunden, der vom Alltagsrummer mich befreit. Insel überm Nebelmeer, wo die Sonne lacht, wo das Wunder der Natur jeden Glück lieb macht. Insel überm Nebelmeer, wo die Sonne lacht, wo die Sonne lacht, wo die Sonne lacht, wo die Sonne lacht. Pack den Rucksack, schnür die Schuhe und marschier am frühen Morgen los. Und ich spür nach ein paar Stunden, wird das Schwere endlich wieder leicht. Dann hab ich den Ort gefunden, dann hab ich den Ort gefunden, dann hab ich das große Ziel erreicht. Insel überm Nebelmeer, wo die Sonne lacht, wo die Sonne lacht. Bis für mich der schönste Platz unter ihm erzählt. Insel über Nebelmeer, wo die Sonne lacht, wo die Sonne lacht, wo die Sonne lacht. Insel überm Nebelmeer, wo die Sonne lacht, wo die Sonne lacht. Und dann kommt ein bisschen drauf hin, was es so alles gibt. Also ich beginne, glaube ich, einmal mit der ersten Frage, was könnte sich hinter dem ersten Bäckchen verbergen. Ich bin so süß, da weiß man prompt, dass jeder bis von Herzen kommt. Also Antwort. Ein Herzen, ein Lebkuchenherz. Ein Lebkuchenherz. Ja, schauen wir mal nach, was dahinter ist. Heben wir mal hoch. Ein bisschen arbeiten muss bei mir. Nutzig. Jawohl, fröhliche Weihnachten. Ein Lebkuchenherz. Einfach dahinter stellen den Karton. Wunderbar. Die nächste Frage geht an unsere Kleeblatt-Familie. Toi, toi, toi. Wir fangen auch hier an. Mitlesen und genau nachdenken. Je länger hell ich bin auf Erden, desto kürzer muss ich werden. Was könnte das sein? Ja, so aus dem Stehgreif heraus würde ich mal sagen, eine Kerze oder etwas Kerzen. Schauen wir mal auf. Heben wir mal auf. Jawohl, wunderbar. Super, na, tut er hinter. Jawohl. Einfach oben stehen lassen. Sehr gut. Zweite Frage an unsere Schweizer Freunde. Wenn du mich hast, dann hast du Schwein. Darum steck auch was in mich hinein. Ganz Spaß. Schauen wir mal. Heben wir mal ein bisschen hoch. Heben wir auf. Trau dich. Jawohl, wunderbar. Zwei zu eins kommt die zweite Frage. Kleeblatt-Familie. Die kleinen Männer meiner Art, die tragen immer einen Bart. Also tippen würden wir auf die Zwerge. Schauen wir mal. Jawohl. Zwei zu zwei. Wunderbar. Schönes Spiel. Das dritte Baggerl. Jetzt geht es quasi, na, noch nicht um die Wurst, aber beinahe. Ich schlage jeden Morgen Krach. Wenn du es nicht hörst, werde ich nicht wach. Der Wecker. Zwei zu arbeiten, bitte. Jawohl, und das ist ein Wecker. Wunderbar. Ich hoffe, ich gehe euch nicht auf den Wecker damit. Nein, alles klar. Drei Punkte für die Herzfamilie. Die letzte Frage für unsere Kleeblatt-Familie. Willst du mit mir die Stunden messen, darfst du das umdrehen nicht vergessen. Kannst du das umdrehen? Tja. Armbanduhr oder eine Uhr? Ja, eine Uhr. Armbanduhr. Eine Sanduhr. Eine Einsam-Gedicht. Eine Eieruhr. Eieruhr. Ja, schauen wir mal. Eine Uhr. Jawohl, lassen wir gelten, selbstverständlich. Eine Sanduhr, eine Eieruhr. Prima, Will. Wunderbar. Marianne, demzufolge, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Mitspielen. Für jeden drei Punkte gratuliere ganz besonders. Danke. Ich habe auch schon auf unserem Heimatbäumchen für jeden drei Punkte gesetzt. Somit haben wir Spielstand 6 zu 5. Unsere Herzfamilie aus der Schweiz ist momentan noch in Führung. Also das dritte Spiel wird alles entscheiden. Wir haben wieder tolle Musik dabei. Eine sehr erfolgreiche Musikgruppe aus Österreich, aus Tirol. Sie alle kennen die Titel, Ihre Hits, die Frau Mayer, die die gelben Unterhosen anhat. Oder Guten Morgen. Heute haben Sie ein neues Lied dabei. Die Piroschka. Für Sie jetzt das Original-Alpenland-Quintett. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 Dankeschön an unsere Gäste aus Tirol. Spielaufgabe Nummer 3. Und zwar geht es jetzt darum, dass Christkind hat zwei Riesenpakete hier abgeliefert. Wer weiß, was drinnen versteckt ist, der hat in diesem Spiel gewonnen. Also ganz schnell öffnen. Auf geht's. Auf geht's. Backmars. Wer das schnellst ist. Das ist natürlich ein kleiner Trick dabei. Richtig kämpfen, Power. Raus mit den ganzen Sachen. Wir haben natürlich alles Umweltpapier verwendet. Genau weg mit den Sachen, was wir nicht brauchen. Wer der Erste ist, wer weiß, was drinnen ist, der hat gewonnen. Schick zeig. Schneller, schneller, schneller. Die Herzfamilie ist schon so weit. Oh Gott, oh Gott, ist das aufregend. Das ist natürlich schon noch ein kleines Paket drinnen. Ja, Wahnsinn. Schick zeig, schick zeig. Gleich haben wir's, gleich haben wir's. Jetzt auch, jetzt auch. Und, wer hat's? Ja, die Platte. Ah, super, alles klar. Wir haben's schon. Die Allerersten waren unsere Kleeblätter. Gratuliert von Herzen. Aber ihr wart ja fast gleichzeitig. Ja, ich gratulier. Und ich weiß natürlich, die Platte der Heimatmelodie war natürlich verpackt. Ich weiß, die Kleeblätter haben in diesem Spiel gewonnen. Wir haben drei Punkte für unsere Kleeblätter und zwei für unsere Herzfamilie. Marianne, und damit, damit haben wir wieder einmal, muss ich ganz ehrlich sagen, ein wunderschönes Ergebnis. Ja. Wir haben nämlich acht zu acht Punkte für unsere beiden Familien, gerade zu Weihnachten. Ich freu mich riesig mit unseren Familien. Acht zu acht Punkte. Das heißt, beide Familien fahren gleich lang in Urlaub. Und wohin es geht, das erfahren Sie jetzt. Unsere heutige Reise führt uns in die Festspielstadt Salzburg. In unmittelbarer Nähe des Mirabellgartens, der Mozartstadt, liegt das Hotel vier Jahreszeiten. Das Haus besticht durch seine gediegene Atmosphäre im internationalen Stil. Die Zimmer sind individuell ausgestattet und besonders komfortabel. Zu diesem Urlaub in Salzburg gehören ein Theaterbesuch, ein Konzertereignis, ein Abend im Casino, sowie eine Rundfahrt durchs schöne Salzkammergut. Zum Kultururlaub im Salzburger Hotel Vier Jahreszeiten wünscht die Heimatmelodie viel Spaß und gute Erholung. Und wir gratulieren auch ganz herzlich. Genau, wir haben nämlich Gleichstand. Das sind unsere Sieger. Juhu. Jawohl, und der Papi hat bereits eine tragende Rolle zu übernehmen. Und für den Dominik gibt es die Einladungskarte. Am nächsten Wochenende sieht man sich wieder. Und zwar am nächsten Mittwoch, am ersten Weihnachtsfeiertag, 20.15 Uhr. Danke dir, mein Spatz. Danke dir. Danke dir zu unserem großen Jahresfest. Und ich darf unsere Zuschauer jetzt schon darauf aufmerksam machen. Also erster Weihnachtsfeiertag, 20.15 Uhr. Es ist eine super Familiengala, die Abschlussgala diesen Jahres. Wir freuen uns, weil alle Familien schon zugesagt haben. Und alle großen Stars der erfolgstümlichen Unterhaltung haben sich angemeldet für diesen großen Abend. Wie zum Beispiel die Zillertaler Schürzenjäger Patrick Lindner ist mit dabei. Stefanie Hertl, wen wissen wir denn jetzt noch ganz schnell? Das Kärntner Doppel-Sex-Dead. Ein russischer Kinderchor. 60 Kinder sind angesagt. Also ich glaube, es ist wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn Sie wieder einschalten. RTL Plus am 25. Dezember, Heimatsmelodie, 20.15 Uhr. Jetzt haben wir es doppelt und dreifach gesagt. Ja, aber da kann es niemand vergessen. Schau, das kann man sich leicht merken, weil das einen Tag vom 26. Dezember ist. Richtig. Und jetzt gibt es noch Blümchen von unserer Judith und von Mel, die Jahreseinladungskarte. Sowieso, wir sehen uns wieder. Eine Schallplatte haben wir auch schon. Und zwar genau in einer Woche. Einen wunderschönen Heimatbaum. Viel Spaß für euch. Liebe Freunde, in diesem Sinne, ein schöner 4. Advent, das Christkindl recht verbringt, liebe Zuschauer. Und das Friede ist, das wünschen wir uns eigentlich alle miteinander. Einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Sagen wir Danke. Ich sage auch Danke als eure Marianne. Und euer Michael. Servus. Wir sind gut miteinander. Danke. Danke. Wir haben die Stunden gemeinsam mit lieben Freunden verbracht. Wir haben gelacht und gesungen, ans Heimdienst hat niemand gedacht. Man reicht sich zum Abschied, die Hände und sagt leise auf Wiedersehen. Hab dann für heut, schön war die Zeit mit Heimatmelodie. Auf Wiedersehen und Dankeschön für diesen schönen Tag. Für all die frohen Stunden, die wir bei euch gefunden. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Dieser Tag soll nie vergehen. Wir freuen uns schon heute auf ein frohes Wiedersehen. Auf Wiedersehen und Dankeschön für diesen schönen Tag. Für all die frohen Stunden, die wir bei euch gefunden haben. Auf Wiedersehen und Dankeschön. Dieser Tag soll nie vergehen. Wir freuen uns schon heute auf ein frohes Wiedersehen. Wir freuen uns schon heute auf ein frohes Wiedersehen. Auf Wiedersehen und Dankeschön für den liebevollen Bauten.